Willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze Wir machen jetzt mit 4a, weil das statt mit 4-3, weil das zuerst kam, danach kommt halt 4-3 in diesem Part noch Und das heißt Aqua Marta Ich bin nicht bereit, weil ich vergessen habe, Squawks auszup- Ich wollte Squawks in jedem Level- Ach, was soll's Macht nichts, passiert Ich muss es eh zweimal spielen, weil jetzt hat er wieder ein Secret Exit anscheinend Deswegen Egal Boah, coole Musik Aber wo ist Musik? Die habe ich diesmal etwas leiser gemacht Als im letzten Part, weil da war sie wohl etwas zu laut, glaube ich Aber man sollte sie immer noch gut hören können Wenn nicht, dann habe ich halt wieder mal Scheiße gebaut Ach, lecke mich doch am Arsch Scheiß Pinguin, aber da war eh gerade ein Ähm, Herz Ich bleibe mal bei Dixie Wo soll ich Cranky nehmen? Ich nehme mal Cranky, komm Den nehmen wir so selten Obwohl, hier kann ich so rein, oder? Natürlich Oh Das ist so unfair Hm, Flop Muss man sich ja auch alles angucken Weg Oh Oh Oh, nur eine Münze Das ist klar Quinky kann auch unter Wasser mit seinem Stock ja so zuschlagen Könnte auch hilfreich mehr sein Boah, wie cool die Musik über Wasser ist Ich will über Wasser bleiben Ah, jetzt muss ich ins Wasser Schade Mal sehen, ob es mich wieder so abfuckt wie im letzten Part Ich hoffe mal nicht Weil das war ja Miserable Leistung von mir Nein Boah Kann man da reingesogen werden? Ne, kann man nicht Schade Was möchte ich schon allein sammeln? Ach Luft Hier aber Luft Luft wieder vergessen Ja, auch die letzten zwei werden da noch Holen Mein, man weiß ja nie Hierfür gab es also nichts, oder? Doch Wow Sehr gut Eins von Nein Nicht neun Neun sind immer so viele Und schon ein Checkpoint Ich habe mit Sicherheit schon eins verpasst Oder nicht Alter Oh Mann Ich habe doch A in die Luft gedrückt Mann Mann Achso Dann wird auch selber hochgeschleudert Ah Now it makes sense Und da gibt es sogar wieder ein Puzzleteil Viele Ich bleibe erst mal oben Wie Donkey sich hochkraxelt Okay Cool Ah Donkey Kann nur übertreiben, mein Freund Ich nehme mal wieder Dixie, weil unter Wasser Ach, dann mache ich den Hai weg Könnte hier nämlich nerven Unter Wasser So allerdings nicht So Hier ist doch was Selbstverständlich Aber nur Bananen Ich sammle mal alle ein Ha Oh kacke Dann muss ich nochmal zurück Ich wollte mich noch gar nicht raus Oh kacke Oh Mist Schade Hätte fast geklappt Ohne Dixie zu verlieren Da hier in der Kiste Aber noch nur ganze Münze Scheiß Fisch Alles deine Schuld Hm Passiert Da ist auch Überwasserpassage Regen mich da schon wieder nur halb so viel auf Hey Fetti Das läuft Mein Herz Das lasse ich da Hallo Hi Ist da was Da war tatsächlich was Habe ich das gesehen Das war ziemlich gut versteckt glaube ich Ah der Bonus Alles einsammeln Kennt man ja Und die letzte auch noch Nee, 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 trzehör, nee, nee, das ist klar. Ach, ich war ja schon über Wasser. Ah, verdammt, ich hätte nicht loslassen sollen. Das Herz ist noch da. Sehr cool. Erstmal wieder Unterwasser gucken, aber hier ist mal wieder was. Oder geht sie weiter? Nee. Aber hier ist doch leider nur eine Münze Hm Hallo, hi Lässt mich bitte in Ruhe Danke Du schon wieder hier? Was willst du denn noch? Du gibst mir jedes Mal eine Münze Das finde ich sehr sozial von dir Also mach ruhig weiter damit Ist hier was? Anscheinend nicht Wieder ein Herz Naja Gibt Besseres, gibt Schlimmeres, gibt deine Mutter Alles gut Verdammt Oh nein Haha Ist klar Das sollte eigentlich kein Problem sein Oh Luft Luft, 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 Luft Ich werde das Nie lernen auf meine Luft zu achten Niemals Oh ja Und jetzt lasse ich mich treffen Natürlich Und mich auch spielen Oh oh Geh mit deiner Nase weg Deine Nase ist, äh, popelig Obwohl nicht Ich weiß auch nicht Du wieder Und das N So und die Münze sammle ich auch noch ein Die Vollständigkeit halber Bringt aber nix Boing Vielleicht gibt's hier wieder ein Herz Das wäre voll Kugel 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 Eine Mischung aus Kugel und Knorke Knul Hm So muss das Hier ist ein Herz Sehr gut Hier ist eine Münze Naja Da oben noch was Oh Küken lass mich in Ruhe So Au Was ist das denn für eine Aufgabe Komm her Oh ja Sechs von neun Ho ho Das Level macht Spaß Das Level ist cool Das erste war bisher Einfach nur scheiße Es war nicht einfach nur scheiße Ich fand's einfach nur scheiße Weil ich einfach nur scheiße bin In dem Level In ihm Dem Level Oder so Keine Ahnung Ich hoffe mal die Banane Braucht ich nicht für ein Puzzleteil Wäre aber auch sehr merkwürdig Äh Ja Wie soll ich da rankommen An die Bananen Bitte ohne Cranky Mit Rambi vielleicht Sehr teuer Aber der ist hier nicht Moment Wie soll ich da oben rankommen Das ist ein Secret Exit Hm Warte mal Ist hier oder ist was Ja stimmt Ich weiß ja Dass hier ein Secret Exit ist Aber ich mach eh Erst den normalen Exit Also naja Erstmal so Oh das ist G Unverfehlbar Unverfehlbar 7 von 9 Ha Das war klar 8 von 9 Dann hab ich nur eins zu suchen Ziel Das wird dann wie Immer hier reingeschnitten Irgendwo Ne Wisst ihr ja Kennt ihr ja bereits Das ist ja alles ganz normal Mh Labeile Okay Hier schreit da unser lieber Squawks Und ich weiß auch schon wo es ist Wie konnte ich denn das übersehen Könnt ihr mir das mal verraten Ja okay Könnt ihr sagen Ich bin blöd Ja das stimmt auch Mensch Hoffentlich verkack ich den jetzt Wenigstens nicht Das wär blöd Alter So Alles aufsammeln Ja damit Und das Puzzleteil Gehört schon mal mir Jetzt wird nur noch der Geheimausgang Den haben wir auch schon im Part gesehen Und gleich sind wir da So Hier ist er der Secret Exit Bei diesen Drei Bällen da oben Scheiße Muss ich dann nur noch irgendwie hochkommen Ach Geschafft Gut Ich bin nämlich eben schon mal mit Cranky hergekommen Und hab ich's verkackt Das ist ja natürlich scheiße So Und Ziel Sehr gut Bin ich endlich fertig mit den Nacht Jetzt hab ich das Puzzleteil nicht neu geholt Ah Weil ich tot war Jetzt muss ich das Level nochmal machen Ah Scheiße Und ich würd grad sagen Ich bin froh Dass ich jetzt nichts mehr machen muss Weil ich keine Lust mehr habe Und jetzt muss ich das Puzzleteil nochmal holen Ah Ich bin so blöd Zehn Minuten Geht noch Es wird ein schöner Schatzton da oben Aber jetzt machen wir es mit den Tiefseetourismus Das hört sich wieder nach Ich seh da Kraken Ist das ein Kraken? Ne Das sind Das sind Quallen Das Tiefsee ist Squawks Komm mit Sobald diese Welt vorbei ist Sobald ich Squawks wieder Nicht mehr verwenden Aber solange wir unter Wasser Unterwegs sind Ich hab ihn einfach lieber dabei Auch wenn er nicht alles anzeigt Wie zum Beispiel Das eine Puzzleteil im ersten Level Aber naja Ich komm die ganze Zeit Gegen mein Mikro Es tut mir voll leid Ich versuch mal aufzuhören damit Weil ich doof bin Ich hör nicht auf Weil ich doof bin Sondern Ihr wisst was ich meine Hoffe ich Meine ich denke ich Oh wow Kann ich hier kaputt machen? Nein kann ich nicht Wow Die tödlich Die tödlich Ich nix gegen Genauso wollte ich das ausdrücken Es war kein Versprecher oder so Hier war nichts Ne Boing Okay Ich verstehe Mechanismus beim Level Springe In die Fische Und sie werden leuchten Vielleicht Bananen sammeln Nö Und das macht Aua Sein des Wölfes wird er leuchten Dann tut's kein Aua Ich sehe I see I see Oh das ist K Watt ein gemieses Watt ein mieses K Hm Oh Das Level könnte gemein werden Bis jetzt hat Quark's ja noch nicht geschrien Oder hab ich seine eine Pfeife noch nicht gehört Ich hab aber mich bisher nicht auf ihn geachtet Bemerlich zu sein Scheiße Oh oh Luft Alter Hallo Du bist ganz schön groß Mein Freund Hm Ich muss doch gar nicht mehr die Bananen allein sammeln Merk ich gerade Quark's ist ja bei mir Alter Ja hier ist was Hab ich auch keine Luft mehr Yay 1 von 9 Toll Oh Scheiße Naja Das kann ich hier mal von Anfang an auf Quark sagen Also Quark's Pass auf Ich passe jetzt auf dich Ich passe auf Ob du Schreist Weil dann hast du wieder Bauchschmerzen Und so Jetzt muss ich das K Neu holen Nicht vergessen Kommt her Fischis Und her damit Boah Mieses K Und der hat echt noch nicht geschrien Der liebe Squark Sie Weck mich am Arsch Du Scheißqualle Ich hasse dich für mein Leben War hier ein Herz drin Ja Sehr gut Hier muss ich hier Licht an machen Wegen Einem Freundchen da Hinten Einem kleinen Freund Halt mal die Luft an Ach machste schon Donky Komm da runter Das meine ich schon Wir stören uns doch hier Scheiße In dem Spiel Ah Checkpoint Oh bitte bleib über Wasser Vielleicht könnte das Levinter noch gut werden Und hier ist was Ach da oben Muss ich was gegenwerfen Kann ich da rein Genau Dann muss ich da rein Und dann habe ich auch wieder Ein Buzzleteilchen Wahrscheinlich Gleich Hoffe ich Lande da drauf Bitte Donky Das noch Sammeln Alles Und da Haben wir es ja Nummer 2 Da gibt es Didi Bäm Das ist ein Sprungtrampolin Ja So heißt es Ein Sprungtrampolin Das ist kein normales Trampolin Das ist ein Sprungtrampolin Ach ja Da will ich ja nicht Gegen Mama Oh Leck mich Oh Sehr Pferdchen Das sieht Merkwürdig aus Aber Oh Hier ist irgendwo was Da ist es Ich wollte gerade sagen Geh es mir wenigstens Bevor ich sterbe Luft Luft Muss doch irgendwo Luft sein Was denken sich die Entwickler denn Da Boah Ja Geh da lang Damit du stirbst Achso Ich verstehe Das habe ich eigentlich schon beim ersten Mal Da gegen Ran versucht Aber es hat dann irgendwie nicht funktioniert Ah was soll's Ah da ist was Da bin ich tot Dann hätte auch das O sein können Weil das O Das K war ja auch schon scheiße Versteckt hier Ich habe Angst dass ich hier K und G nicht finde Zum ersten Mal Obwohl hier ist das O Ich bin ja blöd Habe ich schon wieder völlig vergessen Ich hasse Schattenspielchen sowieso Die sind so unnötig Und so erzwungen Und ah Ich habe das Gefühl ich hasse alles was andere mögen Ich meine ich mag Aquatic Ambience nicht Ich mag die Moon Theme von DuckTales nicht Ich mag Die Wassersteuerung hier nicht Ich mag Ähm Was gibt's noch Was war Was habe ich denn hier eben gemacht Äh Schattenspiele Schattenspiele mag ich nicht Die sind so unnötig Achja Ich könnte mir das so machen Die Qualle dann nämlich weg Was ist das denn da Deko Ah Squawks meldet sich Muss ich hier wahrscheinlich Bananas Und da ist das N Ach Quallen Ihr seid so bescheuert So bescheuerte Wichse Viecher ey Da ist auch was natürlich Hat man ja schon gesehen Aber Ich bin zu blöd dafür Und sterbe Ist der Wert der Home Secret Exit Ne Ja Oder Hat's das überhaupt Nö Oder Alter ich hab keine Ahnung Ich hab grad Brainer von Afka Ich hab keine Ahnung Was ich Gerade Wieso Afka Ich bin gar nicht mehr In der Tastatur Ich äh Egal Jetzt bitte nicht Von den Quallen treffen lassen Einfach durch Durch Einfach durch Einfach durch Oder gab's ein Herz Das war sehr gut Was machen wir wirklich In der richtigen Richtung Hier wär ein Kongpao geil Dann wäre die scheiß Qualle dann Der Mini im Weg Hier kann man übrigens hoch Ach das ist außerhalb Ich hab eben Ich hab eben erst realisiert Das ist ja gar nicht im Wasser Das ist ja einfach außerhalb des Wasser Darum muss man irgendwas machen Damit man da hinkommt Nö 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 und hier durch. Ach, hier wird man rutschig. Hier wird man rutschig. Hier rutscht es. Und das ist ja wirklich offensichtlich es hell. Ich meine... Hallo? Sen irgendwie hat seine Helligkeit zu dunkel eingestellt. Oder ich hab meine Helligkeit auf zu hell. Vom Fernseher. Das kann natürlich auch sein. Und dann hab ich auch unten ein kleines Stück vom Bild abgeschnitten. Ich bin schließlich doof. Er schreit. Das heißt, wir mussten ja wahrscheinlich ihm folgen oder so. Oder auch nicht. Vielleicht unten. Hier unten. Da rammeln rein, da rammeln rein, da rammeln rein, da rammeln rein. Hier ist nicht mal Luft. Wie gemeint ist das denn? Warum machen wir denn immer noch so ein einsammelspielchen? Weil die Entwickler jetzt genau wissen, dass man Zeit braucht für Luft. Alter! Hilfe! Bitte, 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 bitte. Oh, ey. Meine Phrasen. Oh, hier muss ich mich beeilen. Hier muss ich mich beeilen. Hier muss ich mich beeilen. Scheiß Fische. Geht doch mal weg da. Jetzt hab ich das N nicht. Mir fehlt ein Buzzelteil. Und das ist hier. Vielleicht war... Vielleicht war der Checkpoint ja vor dem N. Ne, war er nicht. Das N war unten. Wieso hab ich das N beim zweiten Mal vergessen? Naja, das muss ich ja nicht reinschneiden. Ihr wisst ja, wo es ist. Und wenn nicht, dann Spur zurück. Ich hab's ja einmal eingesammelt gehabt. Oh, nein. Ey, Mann. Das ist blöd. Kommt doch vorbei. Ohne, dass die Fische da sind. Weil relativ schwer. Okay. War ich zu schnell. Ach, hier ist nachher schon Ende. Ist ja voll die kleine Passage eigentlich. Wichsviecher. Die nix können, weil sie blöd sind. Verdammte Quackackte. Ey, meine. Puh, ey, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, dann mal weg da. Das ist ein Auto. So, durch. Wenn man keine Geduld hat, ne? Das ist echt, das hab ich so verdient. Weil ich keine Geduld habe. Alter, ich bin da voll durchgeschwommen. Das hat man ja wohl gesehen. Hallo. Ratsch. Bam. Warum können die Viecher nicht auch immer, wenn man hier ist, automatisch richtig sein, dass man gleich mit kann? Hm, warum nicht? Hm. Jetzt aber. Ich vergesse auch ständig, dass man auch schneller schwimmt. Donkey, dreh dich um! Du nichtsnutziger Flohsack. Also, was ich sagen wollte, ich vergesse auch immer, dass man schon mit A schneller schwimmen kann. Ja, hier ist was. Ist das ein neuer Bonus? Ja, den hatten wir noch nicht. Cool. Schwierigkeit kann ich noch nicht beurteilen. Obwohl, der scheint schon relativ schwer zu sein. Ich mein, schaut mal, was hier noch rumfliegt. Naja, geht. Obwohl, ich kann nicht, könnte sein, dass ich den... Nee, oder? Obwohl, ich reiche das nicht von hier. Jetzt hab ich den verkackt. Bring mich rum. Wieso verkacke ich den denn? Der ist ja nicht so schwer. Er töte mich. Wenn ich da schon ein Leben verliere, will ich nicht leben. Das ist so blöd. Diese Wasserwelt will mich so aufregen, ey. Normalerweise nehme ich auch immer eine ganze Welt auf einem auf, aber hier kann ich nicht mehr als diese zwei Parts und nachher höre ich auf. Ich hab keinen Bock mehr. Die Scheiße. Meine Phrasen. Man merkt auch, dass ich jetzt schon wieder nicht mehr so viel rede, weil wenn ich mich nicht rede, kann ich mich besser konzentrieren und es ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es wirklich jetzt mal schaffe. Also komm. Schon. Decay. So. Ich mach mal so, dann kann ich vielleicht es besser einsammeln. Oder nicht. Weil ich blöd bin. Diesmal aber. Was? Nicht? Wie soll das denn gehen in der Zeit? Die Schwierigkeit, der Bonus ist voll scheiße schwer. Aber ich muss das deswegen K&G eh nochmal machen. Deswegen geh ich jetzt ins Ziel. Will ein paar Dates Wendungen eine kurze Pause machen, bis ich Bösen hole, ey. Meine Fressie. So. Ich bin in den Tag los. Hier muss ich ja nichts reinschneiden. Ihr wisst ja, wo alles ist. Ich werde das alles off-screen holen. Und hier werde ich ja mittlerweile das Puzzleteil und den Secret-Exit reingeschritten haben. Deswegen war es das für den Part. Danke fürs Zubo sehen. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Level, was ich schon freigeschaltet habe. Aber hier noch nicht freigeschaltet ist. Wie auch immer, ihr wisst, welches ich meine. Also lass mir den Schatz tun da. Bis dann und tschüss. Es gibt es eine Dresdebatte. Es gibt es eine Dresdebatte. Basic-Mass. Das ist ein Dresdebatte. Es geht es. Es geht es. Wenn es das Gutes macht. Das ist das Gutes macht. Es geht es. Es geht es. Oder ist das Gutes? Untertitelung des ZDF für funk, 2017